ich muss kurz hat jemand sand auf sand weg wächst nämlich zuckerrohr schneller ich hole kurz moment was ist dein problem ja wir haben noch 13 eisen gehabt gerade eben jetzt noch ein ich habe noch elf hier ist ja so ernst viel zuckerrohr leute noch mal was hinter dir steht also war es eine minute ich habe ein bisschen zuckerrohr in der wüste wenn es euch nichts ausmacht er wenn ich hol es halt ja ich habe einmal wir können uns wasser transportieren ich habe jetzt auch viel zuckerrohr ja schon 30 zuckerrohr wir können ja das hier anfangen ist so dunkel ja mein time setten alter meine mutter sehnt es tut grad weh das so einmal ins bett die diamantspitz und so weiter lass ich erstmal hier pepi wenn ich so wie schnellen endertruhe farben gehen doch in der truhe ender perle brauchen wir noch ja die können nicht schnell fahren und ein ende also oder wir wissen wo die wüste ist ob wir brauchen ende auge also also brauchen wir auch blaze powder hat irgend ich muss ja ich ja gut dann sicher erst mal das portal ab drin abbauen nein nicht sicher ist ab also bauen punkt in der hölle ach so machst du schon warte fack wieso ist da hinten hexe ich kann grad nix abbauen leute hexe leg ich mich definitiv ohne bogen nicht an haben wir essen ich glaube wir brauchen mal kurz also ich komme zurück ich muss ja nur einigen wir brauchen demnächst kartoffeln wir brauchen demnächst kartoffelchen getreide tut sie ein haben wir gesehen zuschauer ja mädels ich muss weg jo kein ding ja dann tschüss bis deine ne ich mache mich immer mit dialekte lustig das ist voll lustig ja also gut diamanten du verlockend nein er guckt in die truhe und da sind meine noch meine zwei rest diamanten mein mein dings mein mein schwert und man hat ein creeper explodiert ach so ich soll noch sand fahren und ich muss auch mein sportpunkt setzen wird er macht hat meine so der die hölle ist jetzt abgesichert okay ich komme gleich dann können wir schon mal loslaufen oder siehst du die ich habe mich noch nicht umgeguckt aber ich sehe nichts dass da jetzt noch eher an levels haben während sich irgendwer darum kümmert dass wir genug bücher so ein bettchen mit und stellt es in der haupt ja mein häuschen das bringe ich jetzt hast du jetzt das äußerste genommen ja das geld kommt wahrscheinlich nicht so schnell wieder was ist in der hölle ich will jetzt mal kurz in die hölle reingehen ja das kann ich bei meiner ausrüstung musste aufpassen ist ein skelett drin ich habe es gesehen habt ihr jetzt die dings angepflanzt zuckerrohr er ist drüben angepflanzt gut ich bin nämlich wirklich schnell und mein table vorher und welches level hast du bin jetzt bei 19 ok ich bin bei 20 jetzt auch dort will ich einfach sicher damit schutz 1 auf der rüstung ich glaube ich bringe das gleich auf ich mache ich finde das lustig meine ganze rüstung entscheidet jetzt noch mit einem level ja und dann gehen wir die anderen besuchen bei meinem texture pack sind die türen so gemacht dass die seite die eigentlich an der wand sein müsste innen ist wodurch das ziemlich lustig aussieht wenn ich die türen aufmache innen stehen sie richtig außen nicht Ich bin nicht mögen komm schon Super放ition ja Pflanzen weg 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 21 Moment heilten euppog Tja ich kann meinen bogen machen Yeah Geih Jetzt kann ich aufhalten und nicht kann man sogar gleich ein paar Pfeile nach Meinen Nein mir fehlen die federn Pflicht never Und wie sieht's bei euch aus im Thema Häuschen? Ich kann's ja mal kurz bei mir vorbeischauen, wenn du willst. Dann siehst du es, wie es bei mir aussieht. Ich baue mir auf jeden Fall noch was. Aber noch nicht. Ja, ihr chillt grad in der Hölle, gell? Ja, ja, mach das. Ne, ihr chillt grad in der Hölle. Ich ja. Suchst du schon was, oder? Ich bin, äh, Quarzfarm. Achso, achso, du bist ja so ein Quarzfarm. Äh, ey, fahre an die Gotte Heronbogen. Richtig halt einziehen lassen. Das ist ein Elefantentöter-Furz gewesen. Alter. Der lüftet jetzt grad richtig gut durch. Danke für diese Information. Ich werde sie in meine Chroniken für die Nachwelt aufschreiben. Äh, du musst es noch schön crediten von Alblali. Bitte. Warum das denn? Alter. Dein Creeper, gell? Er ist eh egal, weil wir haben Mobgriefing aus. Hatten sich alle für entschieden. Äh, kommst du auch wieder raus? Ich? Ich hatte mich nicht dafür entschieden. Achso, ja, ich hatte mich auch gegen Mobgriefing entschieden, aber die Mehrheit halt. Und, äh, also hab ich mich gehalten. Mobgriefing ist ja aus. Ja, ja, ja. Schon die ganze Zeit. Aber ich war dafür, dass, äh, 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 wenn Creeper... Ich glaub, ich war auch dafür, oder? Ich bin mir sicher. Die Creeper, äh, sind dazu da, Sachen zu zerstören und wenn man nicht darauf klarkommt, dann hat man Pech. Ja, das ist eben nubig, wenn man es nicht kann. Ja, wie gesagt, es ist halt eine Mehrheitswahl gewesen und, ähm, die Mehrheit hat halt gesagt, dass wir lieber auslassen. Die Mehrheit war einfach zu blöd, um einfach, äh, Minecraft zu spielen. Nee, so blöd, so blöd ist ja, da sind wir nicht so. Was sollten das auch auf schwer, kann man nochmal machen? Ja, weißt du, wir sollten lieber auf leicht spielen oder auf, auf, äh, creative. Wir müssen nochmal in der Nacht starten, wenn Nils dabei ist, dass er sich darüber aufregen kann. Auf schwer, auf Hardcore stellen am besten noch. Dass ich noch mehr aufrege und er auch. Und dann noch am besten irgendwas anderes machen, was irgendwie noch aufregen könnte. Wie Mob-Greefing an sein und am Anfang auch 50 Creeper spawnen. Alter. Oder ein Visor oder sowas. Alter, übertreib nicht, ne? Ach, spawnen wir zwei Enderdragon und fünf Visor. Bist du schon in der Hölle? Noch nicht. Du musst unbedingt die Koordinaten vom, äh, Portal merken. Nee, du bist echt immer, jedes Mal, weißt du, jedes Mal geht er in die Hölle und dann so, Niko. Hast du mir die Koordinaten? Ja, dafür musste ich aus der Höhle raus. Ja, stimmt, da, da, da ist natürlich, da bin ich schweig. Aus der Höhle oder aus der Hölle? Höhle. Höhle. Scheiße. Die, die Dings von Hand zu ballern. Enderdragon ist gleich tot. Alter, wir haben mega viel Rohrzucker schon. Auch schon aufgefallen, ich war ein bisschen Farm. Ja. Ich war noch besser Farm. Qualitätsfarm. Alter, ich leg das mal schön so sortiert hin. Wir haben kein Eisen mehr. What the fuck? Ja, wir haben kein Eisen mehr. Ich hab kein Eisenschwert enchanted mit Level 4, hab Halbbarkeit 1, Schärfe 1 und Rückstoß 1 draufgekriegt. Nice. Mit der Level 4 Verzauberung. Wir haben kein Eisen mehr, weil die Mehrheit sich dazu entschieden hat, sich eine Rüstung zu machen. Ja, ich sag's immer wieder. Eine Eisenrüstung ist okay. Alles andere? Nö. Äh, wie viel, ähm, weil ich muss kurz gucken, weil ich hab nicht mehr genug Essen. Äh, Verbrennung wär toll gewesen auf dem Schwert. Dann kriegst du aber nicht absolut mit. Ich bringe dann einfach kurzer Hand über einen, äh, Creeper, äh, Zombie drüber gehüpft. Natürlich. Ähm, also Essen. Was ist besser, Karotten oder Brot? Äh, keine Ahnung. Hm, ich glaub gleich gut. Aber, äh, Karotten kannst du halt für was anderes noch verwenden. Also, ich fahr mir ein bisschen Sand. Ich brauch Glas. Denn mein Vater war Secretlyer Glaser. Nicht. Kennst du ja auch diesen Spruch von den Eltern mit dem, ey, war dein Vater Glaser, weil du im Weg stehst? Nee, aber der ist nice. Meine Eltern haben den immer wieder benutzt und ich hab immer noch mir bis heute gedacht, irgendwann sag ich's euch heim. Ich hab euch heim. Meine Eltern haben echt gelitten. Denk drüber nach, Glowstone abzubauen. Mach das, mach das, mach das. Und dann in TeamSpeak, äh, so Blacklaser zu wechseln, zu denen zu gehen und dann so auf Dealer tun. Hey, wir ein bisschen Glow. Das könnt ihr super schmüffeln. Ist das ein Insider zwischen euch? Nein, aber, ähm, es ist, äh, es gibt ein, es gibt ein Minecraft, äh, äh, Comic, äh, auf YouTube, wo dann sie so einen, so einen verrückten Händler finden, der, äh, der so meint, hey, do you want some glow? Und sie so, what? Glow! Hält er so einen Glowstone in die Höhe, also den Dust, den Dust und stopft den sich so in die Nase. Geil. Gut, ähm, dann fangen sie an, eine Party auf dem Dach des Turms, äh, 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 ich flurriziere im Dunkeln. Dach des Turms zu machen und brauchen sie hier im Braustand Drogentränke. Gut, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, mehr brauche ich jetzt nicht direkt, wenn ich, äh, never, äh, hat jemand einen Drogen? Ja. Nein. Ihr seid beide im Never drin, gell? Nein. Ja. Ich bin hier. Äh, lass noch, warte, lass noch ein, ähm, hast du ein Feuerzeug dabei? Äh, nö. Wieso? Peppy. Was? Ähm, nein. Weil lass lieber ein Feuerzeug mitnehmen, als, ähm... Ich will jetzt gleich schon wieder den Nether verlassen, ich bin jetzt gleich Level 30. Ja, ich geh never rein. Ah, nur auf Stärke 1. Bin jetzt Level 30 und brauch dringend die Koordinaten. Äh, 69, minus 20. 9, ich lauf in die falsche Richtung. Dann gehe ich mal die Festung suchen, wa? Minus 20? Ja. Ah, dann muss ich da lang. Dann gehe ich mal Festung suchen. Sag den Scheiß Gas, dass sie zur Hölle sollen. Ah, verdammt. Und das war jetzt auch nicht mal ein Flachwitz. Ich vergaß dich gleich. Oh, mir kommen die Tränen. Sag mal kurz. Ich baue da zwischenzeit ein Zuckerrohrfeld. Auf Sand. Basis. Das wächst schneller. Gut, ich wollte mir die Koordinaten speichern. Ah, ich hab das Portal. Hast du mich nicht gesehen? Nee. Ich hab dir sogar zugewunken. Mir leid. Schreibt nein. Nur betten. Das ist ungefähr so. Wir haben jetzt auch sogar, ähm, äh, die beiden Pilzsorten. Um, um die anzubauen. Was anbauen? Pilze. Die kann man anbauen? Ja. Und dann kommen mehr Pilze raus? Ja, ich hab aus der Hölle beide mitgenommen, beide Pilzarten. Hä, wie baut man die an? Das kenn ich gar nicht. Ähm, die müssen im Dunkeln, setzt du die irgendwo hin. Ja, und dann? Dann wartest du. Und dann? Vermehr nützlich. Dann spawnen einfach Pilze nebendran, oder wie? Jo. Ah, das heißt, du musst deine Erde nebendran liegen? Ja. Ich muss jetzt gleich unbedingt Steinfarben gehen, um dann irgendwann später mal einen Hexerturm zu bauen. Also, ich bin mal die Festung suchen, ne? Mach, was du nicht lassen kannst. So. Das ist ein mega geiles Unterfangen. Das ist ein mega geiles Unterfangen.